Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Valheim. Ich habe, wie versprochen, die Kisten dahinten natürlich noch nicht sortiert. Ich werde es aber früher oder später noch erledigen. Aber aktuell, einfach noch keine Zeit gefunden. Aber ist ja alles nicht so wild. Wir müssen mal schauen, was hatten wir denn alles auf dem Plan? Wir wollten unbedingt das Schwert schmieden. Ach, dieser Lecker am Anfang. Wirklich, mittlerweile mag ich ihn. Wir brauchten dafür aber unbedingt noch Zinn, wenn ich mich nicht täusche. Lasst uns nochmal kurz nachschauen. Wir haben 8 Zinn und 11 Kupfer und ich glaube, wir brauchten 16 Kupfer. Wir brauchen ja für 1 Bronze 2 Kupfer 1 Zinn. Das heißt, wir haben 8 Bronze. Das heißt, vom Zinn her reicht es schon, aber wir brauchen noch Kupfer. Also 5 Stück insgesamt noch. Also wäre das ja demnächst schon das Ziel, aber wir machen uns jetzt erstmal weiter an unsere Schweinefarm. Hey, warum hast du Pilz nicht gegessen? Guck mal. Ah, ich glaube, er ist mittlerweile gut gesunden. Na, Zahnheit 11. Okay. Guck mal hier. Na, beruhig dich. Ist mal ein Pilz. Hallo. Wir müssen das unbedingt mal reparieren gehen. Mach das mal schnell. Nicht, dass er uns hier doch noch ausbüxt. Das wäre äußerst schlecht. Kostet ja zum Glück nichts. Muss halt nur gemacht werden. Ist doch gut. Guck doch mal, da liegt ein Pilz. Ich gehe erstmal weg. So, eigentlich wollte ich hier noch wie eine kleine Schleuse dran bauen, dass wenn wir neuere, also neue Schweine mit reinbringen, dass uns die alten nicht wieder ausbüxten. Das war der Plan. Und zwar eigentlich dann bloß nochmal hier wie so eine kleine Verlängerung dran. Ist natürlich ein bisschen das Doofe, dass wir hier in der Nähe vom Schweini sind. Was rumdrehen? Nö. Vielleicht noch um eins verlängern. So, und hier nochmal. Und dann nochmal so ein kleines Teil dran. Oder? Aber ja, ich denke, das wäre das Beste. Weiß nicht genau, wie viel Holz wir noch einstecken haben. Müssen gleich mal gucken, ob das noch reicht. Muss ja jetzt nicht riesig werden. Da hat zumindest so eine kleine Verlängerung dran. Dann kann man die Werkbank natürlich hier noch stehen. Basteln wir später auch noch um. So, und... Ah, lass mich vorher noch raus. So, vielleicht ist jetzt nicht besonders hübsch. Aber das können wir später alles noch ändern. Ja, ich glaube, so lasse ich das. Dann können wir, wenn... Wenn wir ein neues Schwein haben, hier ganz normal aufmachen. Beziehungsweise wir können es jetzt schon offen lassen. Lassen das hier rein, machen zu. Und können dann einfach hier drüben noch... ...wieder öffnen, dass es dann rüber läuft und wieder zubauen. Ich glaube, das ist mir sicherer. Ich hoffe mal, dass er die Pilze noch isst. Bei Streicheln kann ich ihn ja nicht. Und mit Pilzen in der Hand bringt, glaube ich, auch nicht viel. Wir können das ja mal noch probieren. Aber ich glaube, wir können es nicht in der Hand nehmen. Wir futtern es direkt. Na, ne, jetzt haben wir ihm was vorgegessen. Na, super. Jetzt ist er noch wütender. Da liegt ja ein Pilz. Warum er den nicht möchte? Keine Ahnung. Werf ihm mal den anderen Pilz noch rein. Und wir warten einfach mal ein bisschen ab. Jetzt die Frage, wenn ich jetzt ein zweites Wildspein hole, die werden sich nicht gegenseitig aufessen, oder? An sich hier in der Natur haben sie sicher auch lieb. Also müsste das passen. Dann schauen wir doch direkt mal, ob wir noch eins finden. Dass wir zumindest schon mal zwei haben, die mal zahm kriegen können. In der Hoffnung, dass die dann auch miteinander Liebe machen. Weil ich weiß nicht, ob das einfach so klappt. Oder ob die sich auch noch äußerst attraktiv finden müssen. So viele Details, wie das Spiel eingebaut hat, würde ich dem Spiel dieses oder das auch noch zutrauen. So, hier haben wir noch ein paar Pilze. Das ist gut. Ich weiß nicht, ob der vielleicht ab und zu mal einen gelben Pilz möchte. Oder ein paar Blaubeeren. Also ich habe gelesen, Schweine essen alles, was bodennah zu finden ist. Wäre halt schön, wenn wir das in der näheren Umgebung finden. Weil dann muss man nicht so weit mit dem rumlaufen. Aber es ist doch auch mal wieder schön, hier ein bisschen durchs Grasland zu spazieren. Eine etwas freundlichere Umgebung. Und in dem Moment sehe ich einen Gräuling. Das war natürlich klar. Gucken, ob wir es auf die Entfernung schaffen, aber er bewegt sich. Ach, schade. Ich glaube, das war ziemlich knapp. Wann jetzt angelockt? Ja. Lauf doch gerade auf mich zu. Dankeschön. Ja, ist doch auch nicht so schlecht, hier mal ein bisschen in freundlicher Umgebung mal wieder umherzulaufen. Die ganzen Folgen im Dunkelwald waren doch schon etwas trauriger, sage ich mal. Aber leider keine Schweinis da. Ich finde es schön, wir kommen echt immer weiter mit unserer Base. Wir können auch mal nach den Bienen schauen. Und dann gucken wir mal weiter hier in die Richtung. Wäre halt echt so cool, wenn es nicht so weit weg ist, weil wir haben es beim letzten Mal schon gesehen. Irgendwann haben auch die Schweine keine Lust mehr und verschwinden wieder. So, seid ihr? Oh, wir haben Honig. Vielen Dank. Die sind glücklich. Und hier haben wir auch Honig. Ja, sehr schön. Warum habe ich nur einen Honig? Passt doch nur einen Honig gerade. Wir könnten was zu essen vertragen. Na dann rein in den Schlund. Gut, Honig können wir später wegpacken. Ich wollte jetzt gerade schon wieder zu den Truhen rennen. Aber muss ja nicht sein. Alles verschwendete Zeit. Wir wollen Wildschweine. Ja, wie ist der weitere Plan? Also auf jeden Fall Schwein finden. Die kleine Zucht. Dann wieder in Dunkelwald. Dass wir noch das restliche Kupfer finden. Weil generell wäre so eine Kupferrüstung schon echt klasse. Aber das wird halt sehr, sehr viel kosten. Da bin ich halt noch am überlegen, ob ich das außerhalb des Let's Plays mache. Also zumindest Kupfer und Zinn sammeln, weil das wird dann wahrscheinlich doch etwas monoton für euch. Ich bin mir nicht sicher. Ob wir jetzt mit der Rüstung, die wir aktuell haben, schon zum Uralten gehen sollten. Wahrscheinlich würden wir es trotzdem schaffen. Aber ich bin immer sehr gerne gut vorbereitet. Jetzt gibt es gar keine Schweine mehr hier. Wir hatten ja gesehen, die Trollleder Rüstung hat nur zwei weniger. So zwei Rüstungspunkte weniger als Kupfer. Wir haben allerdings aber auch nur zwei von drei Teilen. Ich weiß nicht, was wahrscheinlicher ist. Ob wir einen Troll finden oder ob wir in der Zeit auch das Kupfer dazu gesammelt hätten. Es wird mal interessant zu wissen, ob die Trolle eventuell an den selben Orten wieder sporen. Wir können ja mal hier runterlaufen, wo wir unseren ersten Troll gefunden haben. Hat es mich schon gerochen? Noch nicht? Gleich. Kann ich mehr schleichen. Wo ist es denn? Da ist es. Da ist es. Hatte es noch Kumpels? Sieht leider nicht so aus. Ja, ich würde sagen, lasst uns mal hier runtergehen. Vielleicht treffen wir ja auf dem Weg einen Wildschwein. Ich glaube, hier war das irgendwo. Aktuell sieht es gerade echt sehr schwierig aus. Ich lasse das Harz jetzt liegen. Nein, ich lasse es nicht liegen. Ich wollte es erst, aber ich konnte es nicht übers Herz bringen. Es tut mir leid. Ja, vielleicht sporen die Gegner ja doch wieder an derselben Stelle. Dann könnten wir definitiv da unten Trolle farmen. Aber hier ist tatsächlich nicht ein einziges Schweinchen unterwegs. Vielleicht müssen wir doch nochmal eine Nacht schlafen oder eine Folge im Dunkelwald verbringen. Oh, Eiktir ist noch nicht bereit. Dann müssen wir halt auf die langsame Art und Weise hier hinter. Ah, es wäre natürlich klasse, wenn der wieder da ist. Es sieht halt so mega schön hier aus. Es ärgert mich, dass wir das erst ein paar Folgen später gefunden haben. Sonst hätte ich tatsächlich die Basisstation hier gebaut, unsere Base. Mal schauen, wie viele Folgen das insgesamt hier werden. Vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich, unsere Basis von da hinten bis hier zu erweitern. Ja, natürlich ein... Oh. Ganz schön großes Projekt, aber unmöglich ist es auf jeden Fall nicht. Ich krieg dich. Kannst du wissen. Ah, okay. Ich krieg dich nicht. Ach, ich habe aber auch immer ein Glück mit den Vögeln. Geht's wo baden, oder was? Natürlich. Jetzt kriegt man. Und hier noch einer. Zack. Und du da... Ist natürlich direkt abgehauen und dafür kommt ein Krollzwerg. Nein, da ist noch eins. Komm her, kleine Möwe. Geh weg, Krollzwerg. Krollzwerg, sag ich schon. Ist er jetzt weg? Jetzt ist er weg. Ist doch ein Gräuling hier. So, mein Freund. Die sind ganz schön mutig, dafür, dass sie eigentlich gar nichts auf Kasten haben. Hallo? Warum explodiert der nicht? Ja, den Hirsch lassen wir in Ruhe. Die Möwe bilden uns irgendwie auch nicht. Die hier ist noch okay. Die können wir uns noch holen. Aber dann machen wir mal weiter hier hinter. Irgendwo hier muss es gewesen sein. Und es ist tatsächlich unser... Todespunkt, die Markierung, dass wir hier gestorben sind, ist verschwunden. Ich weiß nicht, ob es jetzt erst durch den nächsten Tod passiert ist. Oder ob es doch nach der Zeit verschwindet. Bei denen haben wir noch. Ich habe irgendwas gehört, aber ob es ein Troll ist, keine Ahnung. Wo man Trolle eigentlich hören sollte. Hier haben wir die Nixe, aber ich glaube, es war schon hier mit dem Troll, ne? Da war es doch noch ein Stück weiter hinten. Habe ich eine Fackel dabei für euch? Ah, verdammt. Leider nein, es tut mir leid. Wohl, wir können die ja mit dir hier rüber bauen. Ne, ne? Die gingen über die Werkbank wieder. Was leuchtet denn da hinten? Achso. Der Mond auf dem Wasser. Ich dachte schon, wir haben irgendwas Cooles gefunden. Leider nein. Aber ich glaube fast nicht. Oh, schaut mal. Hier sind die ganzen kaputten Bäume. Ich glaube, hier hat uns der Troll gejagt. Ha, hier haben wir jetzt ein Schwein. Na super. Kriege ich auf jeden Fall nicht bis nach Hause gelockt. Aber ich glaube nicht, dass der Troll wieder spawnt. Sieht halt definitiv gar nicht danach aus. Könnten was essen. Das machen wir. Hautzwerg. Sind wir schon im dunklen Wald? Ich glaube, jetzt kommt er gerade, ne? Ja, ist doch gut. Könnten bestimmt dann hier hier rum wieder am Wasser und würden hier vorne dann rauskommen. Aber okay. Nach Troll sieht es wirklich nicht aus. Also machen wir uns jetzt doch erstmal wieder heim. Wie gesagt, Wildschwein war wirklich zu weit weg, das bis nach Hause zu kriegen. Wir können es probieren, wenn wir es noch finden. Aber ich glaube fast nicht, dass das was wird. Ey, Nixe. Aber Nixe ist okay. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr zu essen. Das war ein Hirsch. Ah, Hirsch war das. Ja, okay. Wildschwein ist weg. Egal. Wir machen jetzt erstmal nach Hause. Dann können wir uns eine Runde schlafen legen. Dann schauen wir noch einmal so kurz um die Base drumherum. Ob sich da über Nacht vielleicht doch ein Wildschwein gedacht hat. Ich komme mal vorbei und wenn nicht, dann... Na? Ja, wenn nicht, dann können wir uns wieder einen dunklen Wald machen. Weil auf das Bronze-Kupferschwert hätte ich schon echt Bock. Muss ich offen und ehrlich gestehen. Also ein richtiges Schwert und nicht immer nur mit der Axt tauen. Gerade jetzt, wo wir gemerkt haben, dass die Gegner im Dunkelwald doch... doch nochmal eine Nummer härter sind. Wäre das schon ziemlich geil. Und ein besseres Schild? Ja, wir können zwar auch dieses große Schild bauen, aber wir werden halt immer unmobiler dadurch. Bin dann lieber ein bisschen schneller unterwegs. Gerade im Kampf mal kurz ein Stück wegrennen in den Dungeons zum Beispiel macht sich... macht sich doch besser als dann mit so einem hundeschweren Ding. So, wo laufen wir denn eigentlich hin? Wir laufen irgendwie völlig falsch. Da ist wirklich kaum ein Schwein unterwegs, ne? Wir haben das mitbekommen, dass wir uns zu eins gefangen gehalten haben. Wir haben direkt das Weite gesucht. So, wir können aber Eigtier aktivieren. Endlich. Dann sind wir auch mal ein paar Sekunden eher zu Hause. Ja, also was haben wir auf dem Plan? Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, die Schweinefarm, da habe ich richtig Lust drauf. Wir müssen definitiv auch noch Möhren und weitere leckere Speisen anbauen. natürlich die Kupferrüstung und dann der Uralte. Das ist eigentlich so erstmal alles. Dann sagt ein Boot bauen, wäre natürlich auch geil, dann müssten wir aber erstmal eine zweite Base hier am Wasser errichten. Dann können wir auch mal auf andere Inseln uns so scheppern. aber ich glaube, mir wäre der Uralte erstmal lieber. Wir wollen ja auch ein bisschen in der Story weiterkommen. Aber ich freue mich umso mehr, dass wir jetzt endlich auch Honig haben. Hat sehr, sehr lange gedauert. Ist das ein Hirsch oder ein Was ist das? Ja, ist ein Hirsch. Na. Nimm doch das richtige Werkzeug. Müssen wir mal noch schauen, ob das vielleicht wirklich was bringt, noch ein zweites Hirschfell bitte in unsere Hütte zu legen, dass wir den Ausgrutzgelänger aufrechterhalten können. Was war das? Angst aber komisch gerade und wir haben gar keine Ah doch, wir haben noch eine zweite Axt. Ich weiß zumindest nur davon, dass man noch Tische und sowas bauen kann und Stühle glaube ich. Das verbessert dann alles den Skill. Was war das? Vielleicht ein Schwein? Aber das kriegen wir dann wahrscheinlich alles erst mit den späteren Werkbänken. Also mit den abgecrateten. So, seid ihr immer noch happy? Wieder Honig. Einmal, ne zweimal sogar und dreimal. Wow, das geht jetzt aber schnell. Da müssen wir dann auch demnächst mal gucken, wie das mit der Brauerei alles funktioniert. Da weiß ich nämlich noch absolut gar nichts dazu. Sonst gibt es nicht so viel, was wir machen können. Da brauchen wir dann auch die Stufe 4. Na gut, hast du jetzt mal hier einen Pilz gegessen? Er verliert auf jeden Fall Herzen. Leider sehe ich noch nicht. Wir müssen halt sehr nah an ihn ran, um zu sehen, wie er uns gesonnen ist. Und dann wird er meistens schon wieder aggressiv. Jetzt stand es da. Zahmheit 27% akklimatisiert sich. Also in einen Pilz hat er gegessen. Der, der hier liegt noch nicht, ist vielleicht schon zu alt. Ich weiß es nicht. Müsste mal gucken, ist bestimmt noch gelbe Pilze. Guck mal, der leuchtet sogar im Dunkeln. Wenn du den isst, leuchtet dein Bauch die ganze Nacht. Wir sind schon wieder an einem Folgenende angelangt. Wow, das ging jetzt echt schnell rum. Leider nicht allzu viel geschafft, es tut mir sehr leid, aber auch so eine Folgen zwischendurch müssen halt mal sein. Kann nicht nur immer Action pur sein, was es bei dem Spiel meistens ähnlich ist. Und in dem Moment geht und dann würde ich sagen, wählen wir die Folge doch hier schön entspannt auf unserem Hirschfell vorm Feuer und schauen mal, ob wir nächste Folge Wildschwein finden. Ich danke euch fürs Zuschauen, bis dahin, macht's gut.